und hiermit ein herzliches willkommen beim tuxa so heute geht es um eine challenge und zwar hat der pedi von seinem kanal pedis retro kanal hat so eine art challenge aufgerufen ja es geht ja um ein amiga spiel ganz kurz hier an machen wo ich begrüße euch zu einer neuen challenge mit den spiels genau ein amiga spiel das heißt speziell hyperdrive ich hoffe ich spreche es richtig aus und zwar ist das ein amiga system aus dem jahre 1993 das ist ein kurzweiliges action spiel sag ich mal vielleicht kann man hier mal so ein bisschen sagen wir so reingucken man fliegt ja so durch eine art hyperraum und muss sein schiff eigentlich nur so balancieren dass man nicht gegen die decke beziehungsweise in dem boden stößt ja das eigentlich im endeffekt alles das problem ist es wird immer schneller und schneller und da kam ich doch so an meine grenzen was von einem anderen system habe ich einfach mal installiert und ausprobiert und es sagt ihm so kommen jetzt wird ein butterballer fische jetzt werde ich das ganze mal versuchen mit einem richtigen echten joystick zu spielen auf meinem laptop hier seht ihr jetzt nicht da habe ich nur diese pfeiltasten und kein joystick dran ja das möchte ich jetzt probieren man hat im endeffekt drei versuche plus ein gewöhnungslevel da einfach mal und von den drei versuchen zählt dann das level oder der durchgang mit den höchsten punkten das ist eigentlich auch alles das problem ist jetzt nur bei mir ich muss das ganze über einen emulator spielen und dazu öffne ich einfach mal die software verwaltung und ich schaue mal nach ob ich da etwas finde ich glaube das heißt win uae gibt mal ein amiga wo was wir da finden ah ja da finden wir doch schon so einiges einmal ein amiga emulator und fsuae den kenne ich den habe ich schon mal irgendwann schon mal ausprobiert und deswegen nehme ich den der war eigentlich recht einfach zu bedienen also dieses programm emuliert nicht einen kompletten amiga als solches sondern ermöglicht es software für den amiga zu starten so würde ich das eher mal so formulieren ich weiß nicht ob man damit auch eine workbench mit starten kann das weiß ich nicht so genau das probiere ich erstmal aus so ich starte fs minus uae launcher so ich möchte ein amiga 500 emulieren jetzt muss ich ein paar einstellungen vornehmen genau hier wäre hier könnte ich dann die diskette mounten gut ist erstes erst mal versuchen das ganze einzustellen ich brauche auf jeden fall einen kick rom dem muss man wohl in diesem fahrt hinein kopieren ok so dann machen wir mal da haben wir kickstart so ich sage eben chiprahmen 512 k slow und fast ein megabyte das ist nicht so standard konfiguration die man damals so gängigerweise hatte eine oder ich muss unter diskette gehen ja jetzt findet er spiel und es bräuchte joystick eingabegerät ja da müssen wir mal gucken ich habe jetzt hier so ein ganz einfachen usb controller ich hoffe man damit wird es ein bisschen funktionieren rating for boot able media ok das hat so schon mal nicht funktioniert ich gehe mal wieder raus habe ich da wieder etwas verstellt ja meine diskette ist weg ne ok ich bin hier auf schnell schnell einstellungsleiste habe ich mal geklickt jetzt hat sich von selbst hier so einiges selbst konfiguriert sieht zumindest so aus ok wie dem auch sei ich klicke einfach mal auf start und dann gucke ich einfach mal was passiert ich höre schon mal floppy geräusche aha ok das sieht doch richtig gut aus das kickstart funktioniert schon mal das ist schon mal nicht schlecht und ist gute frage klappt es oder klappt es nicht und wie sie sehen sehen sie nichts ich bin zu ungeduldig ok mach einfach mal auf vollbild alt enter vielleicht ihr alt enter funktioniert das ist schon mal cool ich gehe mal in die pfeiltasten gehen ok da muss ich die tastatur spielen erschwerte bedingungen mit tastatur das soll das kein hindernis sein get ready ja ich war noch nie so ready wie heute das darf natürlich nicht passieren das raumschiff sollte natürlich berührungsfrei hier durch diese levels hier oah oah ich bin hier ständig äh sollte man sich berührungsfrei fliegen weil irgendwann explodiert 5.445 punkte das war jetzt zum warm werden und dann kommen jetzt drei versuche die jetzt zählen jetzt geht es auf richtig points schön langsam bitte schön langsam der tucksack gar nicht so schnell oah 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 das ist aber unmöglich hier oah 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 und läuft also flüssig bisschen langsamer laufen alles noch emuliert 7,7 und 7,70 Jahre aber das macht kein Ohm bis hier position neun status ich komme die high score hinein der tuxa saving high score bei sieben platz eins wow nicht schlecht so das war versuch nummer eins so pecky jetzt mach ich dich fertig jetzt mach ich dich fertig jetzt bin ich warm gespielt get ready jawoll installieren hyperdrive Ich bin ganz freundlich für die meisten punkte Oh ne 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 das hört mich nicht ey Boah ich kann schon wieder meinen namen entern dann tun wir auch dieses ja komm ich schreibe mich mal so ein halbwegs richtig so versuch nummer zwei schon zwei weg ja das müsste jetzt mein letzter versuch sein ich bin ganz vorne Ich werde ihn übertreiben. Hilfe, 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 Hilfe. Okay, okay, okay. Ja, was soll ich sagen? Oh, 8748. Ne, nochmal langsam. 8740. So. Position 8. Okay, nicht schlecht, ne. Der Tuxai. Und das war es auch schon mit der Challenge. Gut, Profis haben natürlich ein bisschen längeren Spielspaß. Bei mir war es das. Okay. Dann würde ich sagen, schaue ich mir nochmal den Highscore an. Oder die Highscore. Dann schaue ich einfach mal, wie viele Punkte ich erreicht habe. Die guckt man da rein. Ein bisschen unter Info. Da ist die Highscore. Da bin ich zweimal drin. Einmal auf Platz 8 und einmal auf Platz 10. Platz 1, halb so. Oh, man. Eben so. 911.000, was habe ich da gelesen. Okay. Ich gehe hier wieder raus. Denk mal mit Alt und Enter. Mit der Maustaste. Und dann wäre ich wieder in meinem Ubuntu System drin. Ja, was soll ich sagen. Es hat funktioniert. Und es hat Spaß gemacht. Nur leider drei Durchgänge plus Bonuslevel oder Einführungslevel. Also Fehrensumme ist dann für mich doch ein bisschen zu wenig. Es ist nun mal so, wie es ist. Das sind meine Punkte. Ja, das soll es an der Stelle gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und verabschiede mich jetzt noch bis zum nächsten Mal. Glück auf!